ja skaten und willkommen zurück zu das play inside wir sind hier immer noch bei immer also bei einem anderen jungen frauen rätsel und ja versuchen wir mal unser glück ich glaube vielleicht muss man das so ähnlich machen ich glaube ich habe es bald so zack ich hoffe sie kriegt uns so nicht sonst das wäre ziemlich nicht cool halt mal die luft an geht hoch okay alles klar alles klar okay ich glaube das war jetzt eigentlich wollte ich das ja nicht machen aber es war jetzt mehr spontan entschieden mal einfach mal auszuprobieren weil das andere hat ja auch nicht geklappt so wirklich deswegen denke ich mal okay jetzt ist es auf und dann noch mal rum und dann auch drauf drücken und dann geht es zu sowie das mal davor und dann sperren wir sie wieder aus ich glaube so ähnlich soll man das machen so und ja mittlerweile haben wir auch glaube ich die 13 der die drei stunden man jetzt leckt man die ganze zeit irgendwie komisch ich weiß nicht warum die drei stunden marke geknackt ich meine eigentlich eigentlich ja schon wenn man wirklich 15 minuten pro part rechnet nach 12 parts aber ich mache immer das sind ja immer nie volle 15 minuten die ich hier mache deswegen so 14 parts kann man schon mal dann kommen wir schon mal von drei stunden reden sieht man ja auch auf youtube oder so wenn man alle parzern wir dürfen noch müssen aufpassen dass wir nicht eingeschlossen werden vielleicht das wäre ganz gut so ok ja ok ok komische kartons wir sind doch irgendwas gelb zeigt ja eigentlich immer an dass was gut ist es ok warte da ist da unten noch was noch was also hier unten links nein nicht wirklich ok wir sterben komm schon junge mach mal keinen scheiß ok sehr gut also gelb bisher war ja noch nie sachen gelb außer die kabel die uns zur disco kugel geführt haben vielleicht ist es der letzte gang also rote sind ja gute sachen und vor ok gelb nicht nur aber nicht so wirklich okay das ist wahrscheinlich absicht gewesen lass mich mal los bro wie lange kannst du dann auf einmal kann er seine luft bis unendliche aus ist so das ist so limbo mäßig ja ich kann machen was ich will oder da hätte ich mich wie kann ich mich denn befreien kann ich mich befreien ne ich bin schon sehr das sieht schon er macht nichts mehr sind die doch jetzt gut hätte ich mich von anfang an von den kriegen lassen sollen oder oder ist das das erinnert mich an den part mit der spinne in limbo gibt die mir luft indem die mich küsst habe ich das jetzt habe ich gerade es ist so ein gedankenkontrolle was ist das was macht sie mit mir ok gelb ist wohl nicht so gut wie ich dachte obwohl das gelb schon wieder gut ist fischernetz jedoch nicht dadurch na au was ist das kann ich jetzt luft für immer anhalten bin ich ein fisch bin ich eine meldung frau was macht ihr mit mir kann ich mich bewegen nein ist das das ende gehen die schlitzen nehme ich jetzt auf kann ich mich bewegen nein es ist atlantis ich habe es gewusst es ist ich habe gerade gedacht es wäre eine austau oder so was machen was ganz nett haben sie es hier frau mehrjungfrau vor allem strom unter wasser macht immer sinn was ist das für eine ja ja äh wow ich bin echt einfach jetzt ich bin auch eine meldung frau aber was ist das recht das sieht aus wie echt so eine schlange ist das ein sehpferdchen was ist das ich trau mich noch nicht dahin wenn ich ehrlich bin ja ok cool ähm nice aber ich kann leider nicht so schnell schwimmen wie wie die wieso ist jetzt nicht mehr da mein jetzt können wir freunde sein vor allem weil sie das vorher schon die ganze zeit mit mir machen wollte aber ich weiß nicht warum es nicht geklappt also da war es schlecht da war es game over jetzt aber nicht mehr ist das eine leiche die da hinten rum schwimmt man weiß nicht ist das hier ist das hier irgendein sieht aus wie ein mehrstöckiges haus was hier begraben ist oder so eine autopark anlage ist das richtig wo ich hin okay die musik sagt wohl ja doch hier sind schon mehrere tote taucher oder so und da hinten sind ein paar dings okay dann will ich jetzt aber doch nochmal zum sieht so aus als ob es da weiter geht dann will ich doch nochmal zum embryo zum wasser habe ich zum seepferdchen wenn es nicht wenn warum kannst du nicht so schnell schwimmen wie du bist jetzt auch ein fisch richtiger fischkopf alter okay und außerdem sind hier doch disco kugeln oder kannst du nicht ich kann nichts greifen hier yo bro ah ne ist auch so ein toter taucher oder so okay ich probier grad nur jede taste aus aber hm ich will jetzt an die disco gucken ist hier nicht mit brettern zugenagelt oder so irgendwas ist hier doch kann ich euch fische nicht irgendeinen befehl erteilen wie den menschen die ich damals hinter mir hatte nein okay 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 das bringt nicht so viel das sieht aber auch crazy aus was ist es ist es ist einfach nur der 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 körper okay keine ahnung ja gut dann halt nicht au na dann geht es halt weiter ist okay okay wir haben ja keine zeit aber ich meine was haben die mit mir gemacht die haben mich an irgendwas angeschlossen und auf einmal brauche ich keine luft mehr jetzt ist das problem wenn ich an die luft dann gehe sterbe ich dann so weil ich meine die mehrjährige frau die hätte ja auch locker da hochklettern okay die sind super groß und hat ich weiß nicht ob der so eine sauerstoffflasche aufrücken hat oder nicht aber ich meine die hätte ja auch locker drauf springen können äh äh raufklettern können aber hat nichts gemacht so wahrscheinlich weil für kiemen lebewesen sauerstoff nicht allzu also luft sauerstoff also luft zumindest nicht so gut ist die filtern ja den sauerstoff aus dem wasser raus aber ich meine bio biologie soll ich da hoch nein da kommt nur was raus halt aber diese gedämpften metall sounds ok was geht ab jo da ist wieder was gelbes geht die auf und zu oder was und ich muss im richtigen rhythmus ja ja geht sie aber ich meine nur wenn ich schon die zeit habe da ist doch was da ist doch sogar was vielleicht kommen wir doch an die disco kugel jo fische zieht zieht drück zieht äh ok äh und jetzt was habe ich getan ich weiß nicht hat es was gebracht ich das ich weiß nicht mal was ich gemacht habe ja hier ist ein gestrandetes u-boot dies ich habe auch gesagt die wollte mich nur retten von anfang an die mämfrau aber nein game over ich will auch nicht da durch wenn ich ehrlich bin wenn ich da jetzt was irgendwas gefunden habe soll ich wieder ganz zurück habe ich jetzt irgendeinen hebel betätigt der auf der anderen seite dann was gemacht hat dass es dann offen ist oder so ich habe keine ahnung ich will ich will ach ja das ist schon das ist schon richtig assi wenn ich jetzt wieder und vor allem das muss ich ne warte hier ist noch ja 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 ah ok sehr gut und ich wollte schon zurückschwimmen so disco disco party party disco party disco party ist jetzt kommt jetzt hier mal was kommt jetzt hier mal was ja ah sag ich doch zack ich habe keine ahnung was das sein soll vielleicht auch irgendwie gehirnwaschanlagen gehirnwaschmaschinen keine ahnung auf jeden fall habe ich jetzt noch eins ich hoffe das reicht jetzt noch ich hoffe ich kriege jetzt noch genug falls das wirklich das ende irgendwie beeinflussen sollte wie viel man hat oder so ich habe ja wahrscheinlich schon sehr sehr viele übersehen und das spiel ist ja ich denke immer noch das spiel bald vorbei ist aber man weiß ja nie vielleicht brauche ich auch nur so lange ok gut dann gehen wir noch schnell da durch ich hoffe meine fische kommen mit mir ok ok ich sterbe ok und volle kraft voraus jo ok und volle kraft voraus jo ok nein meine fische kommen ok 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 Zack. Und... Kann ich irgendwie... Irgendwas passiert doch damit. Ich... Ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott, okay. Kann ich da hoch? Ich hab... Okay, ich hab keine Ahnung, wo es hingeht. Aber das werden wir auch erst in der nächsten Folge erfahren. Also bis zum nächsten Mal dann. Bam!